hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mal nur skate 3 ja wir haben gerade von schar erfahren und dass unsere mitstreiterin ihr folgt ich suche gerade irgendwo konnte man da auch auf so ein ich will nicht sagen quest lock aber ja schon so in der art einsehen ich weiß nicht mehr wie haupt quest ruin begleiter tochter der dunkelheit keine ahnung sagt mir trotzdem nicht wetter ist siege die goblins finde die anführung da sind wir ja gerade ich habe ein bisschen angst davor was ich natürlich mal wieder vergessen habe wo ich die aufnahme gestartet habe was müssen wir dann jetzt noch mal machen zu speichern eigentlich die barrikade wir gehen wir ja noch Ein Wietz in der Absoluten. Okay. Oh, cool. I am talented. A disgusting waste of stonecraft. What's inside? This lucky bastard is the first human I ever killed. You should take a trophy. Cut off his ear. Oh, a pissing. Ich weiß auch nicht, ob er sich jetzt hier einfach durchprügeln soll. 21, die meisten von denen haben nicht besonders viel Leben. Okay. Aber ein paar. Jetzt schon wieder. Gucken wir uns erst mal ein bisschen hin. Ich komme nach Horsklinge. Ich komme. Looks like the boo's got the better of them. They're practically unconscious. ...and fight for great glory. To our Reichsland's best bakers and blades in the quarry. ...of me you'll be headed. ...of dem kann man reden nicht. ...here, Elkissan, says here the Goblinoids are obstreperous and malodorous. ...what's that mean? ...bit confusing because it says we're feeble-minded weaklings right before that. Still, only other stuff to read round here is the filth-clag of scrawls in the latrines. That's what the bloke who wrote this said. Proper impressed by my brain smarts he was. Said he's writing a book about the absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or some such. That's him. At the party. Warbling away. Quite a good chinwag with him though. Interesting bloke. There were some troublemakers. But they're either dead or wishing they were. ...don't know if there was a druid though. He's probably down in the pens. Fattening up the wargs like all the rest. Nah. We're keeping him as our own little playfiend. As long as you don't ask any more awkward questions. I ain't finished with it. There's enough breeding here to last me a lifetime. As the symbol glows, power courses through you. Authority. ... 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 da nicht mal eine komplette Gruppe haben. Oh Gott. Was habe ich gesagt? Ja. Das sind natürlich nur Typen mit hohem Leben. Hier oben. Ja, zu zweit brauchen wir jetzt gar nicht versuchen. So getrunken sind die dann doch nicht. Gut, wir hauen jetzt nicht dagegen. Okay. Okay. Don't waste a step. Wie muss doch da hochkommen? Echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Super, dass ich den Zauber nicht gelernt habe. Mit dem weiterspringen. Obwohl der Kreis da oben ist. Das nervt. Komm ich da hinten vielleicht genau? Ja, schade. Schade. Mit ihr jetzt näher ran gehen? Nee. Geht auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da oben geht's auch noch ran. Gut, die zwei stehen jetzt eh da oben. Wir gucken uns jetzt einmal hier oben rum, ne? Wenn wir schon gerade mal hier sind. Hm. Hier muss doch noch was sein. Komisch. Ist es nun beide, sonst gar nicht? Wird. Ach, guck mal da. Ich kann aber auch nicht runterklettern, ne? Ja, dann nehmen wir die Minus-3-Treffer-Pumpe. Scheiße. Toll. Geht das Gift doch wieder weg, ich hoffe. Ich hab keine... Doch. Moment, versuche ich das jetzt jedes Mal? Nein. Schlussknacken. Ah, so geht's. War das nicht klar? Oh. 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 Leuchtender Schild. Liebender Schatz. Einmal pro kurzer Rast. Okay. Ähm. Ist das Gift jetzt noch da oder ist das weg? Was ist denn eine Trap? Hä? Hä? Guck mal. Das sind doch nur die Reste. Uff. Tod. Oh. 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 Ah. Er muss sich wirklich super genau umgucken, ne? So, wir ziehen uns jetzt mal den Schild, die Ausrüstung noch mal ein bisschen verbessern. So, meine Frage ist jetzt, kriege ich hier drüben die meinen Typen einzeln? Oh, ich würde sagen, wir heilen uns mal eben. Und dann speichern wir noch einmal. Und dann darf Gail mal ein Vorderlinger. Die sind ja richtig verbrannt, die Jungs. Lass uns mal ausprobieren. Okay, das war ziemlich cool. Okay. 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 Mal. Okay. Soll ich nicht heilen? Autsch. Und durch, mir da hinten. Wir versuchen es erstmal mit Fernkampf. Oh, ich hab schon. Ich packe, ich geh schon extra ganz hinten. Oh, ich hab schon. Oh, ich hab schon extra. 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 Oh, ich hab даже extra. Oh, ich hab esas extrem Help. Oh, come on! Make way. What should I do? Take care! On my way. Ich stelle sie mal hinter. Okay, also ich kann sie jetzt nicht heilen. Dann würde ich sagen... Machen wir das mal so. Nicht genügend Ressourcen. Sehr gut. Of course. Ich will ascend. Ich will not know failure. Ich will protect me. Ich will nicht. sie waren betrunken aber dennoch stark aber jetzt sollen wir eigentlich hier oben die tür aufkloppen können wir haben alle geloten blümchen aber ich würde jetzt dann doch noch sprechen wenn immer den ich wäre so bist raus geworden mit dem spiel hier okay die geht nicht kaputt die nimmt keinen schaden warum haben die mich denn angegriffen weil ich von der wand gehauen habe die nicht mehr kaputt geht ich weise doch auch nicht ich wünsche die werden alle betrunken darf ich denn den drachen dracheneipilz nicht sieht mich hier jemand würde vermuten nicht wo war denn jetzt so jetzt hier rüber gut dass die anderen nicht schleichen Sondern nur ich. So, jetzt können wir wieder aufstehen. Leute, 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 Leute. Wenn wir die Heiltränke hier unten rein. Was soll ich noch machen? Ich schwöre das nicht. Ich würde aber sagen, da ich jetzt gerne mal mein Inventar wieder umsortieren möchte, würde ich... Oder ich gehe einmal verkaufen. Ich gehe einmal verkaufen und dann teleportiere ich wieder hierhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich gehe jetzt auf euch. Vielen Dank.